Fahrt durch Brünn Gleich nach der Brücke in den Singel entlang des Flusses. Beim Stauwerk gleich nach der Brücke links die Fortsetzung des Singels. Entlang des Bahnhofs Brünnl-Kralowopole Rechtskurve auf asphaltiertem Gehsteig Kreuzung nach links queren und auf Gehsteig wechseln Park Lussenski Park Lussenski Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Brücke und Wehr am Svitava-Fluss Vielen Dank. Kurvige Strecke durch die Hatetschka Planinka Abfahrt von der Hatetschka Planinka Abfahrt von der Hatetschka Brnenki und hinunter nach Pilowice Strecke durch die Hatetschka Strecke durch die Hatetschka Strecke durch die Hatetschka Strecke durch die Hatetschka Lehmstraße hinunter nach Pilowice Und dann geht'schka durch die Hatetschka Und dann geht'schka durch die Hatetschka durch die Hatetschka with the Hatetschka durch die Hatetschka trying eschka durch die Hatetschka Sog und恩 kann das so gut hereinunter nach hauen 토zy Vielen Dank. Vielen Dank. Appell nach Utecow. Abzweigung bei Holzlager in Singe. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach der Quelle Wiese links hinauf und die Straße nach Utecow queren. Dann gleich rechts im Weg entlang der Pipeline. Amen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Drills zum Teich Papidoli. Auf flacher Kuppe rechts in Waldweg abbiegen. Vielen Dank. 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 Teich Papidoli und Tal der Panavka. Fahrt um den Teich Papidoli herum. Alternativ kann auch die Abkürzung über den Darm genommen werden. Abzweigung vor Ceska. Abzweigung vor Ceska. Vielen Dank. Teich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Rastplatz zwischen den zwei Teilchen. Rückfahrt zum Parkplatz.